Was wäre, wenn du Teil von etwas Großem wärst? Wenn du Dinge tun könntest, die jedem Einzelnen da draußen wirklich weiterhelfen. Wenn du einen Job hättest, der nicht bloß okay ist, sondern den du mit Leidenschaft machst. Was wäre, wenn du wirklich etwas bewegen könntest? Wir sind größer als du denkst. Du bist 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 größer als du denkst.